Nein, 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 Stoppなの! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Quick Bat companiesату. Quick ash download! Hallo mit Special Gast Chiro. Guten Tag! Also, du heißt ja Merle, ne? Ja. Und, ich mein, du hast mir eben schon erklärt, wie du zu deinem Nickname kamst, aber... Warum? Da ist doch nicht mal irgendwas drin, was in Ansatz zu deinem Namen passt. Und muss er auch nicht. Ja, aber ich weiß ja nicht. Ich fand den Namen mal schön. Es wirkt komisch. Auf dich vielleicht, auf mich nicht. Heißt das jetzt, ich bin anders, oder was? Wie bitte? Heißt das jetzt, ich bin anders, oder wie? Du bist zumindest anders als ich. Ja, also ist mir klar, weil ich ein Junge bin und du ein Mädchen, ja? Also ich hab unten ne Wurst, ja? Während du unten so ein Käseloch hast, ja, also... Bist du dir da sicher? Denkst du etwa so ein, äh, Alter, lol, was machen die denn für ein Schrott? Denkst du etwa, der vergleicht mit ein... Was haben wir sind hier? Rot. Ähm, du denkst also, der vergleicht mit einem Käseloch ist falsch. Es klingt irgendwie komisch. Okay. So baust du dich da hoch? Du weißt schon, dass sie nicht da runterschlagen werden und töten. Nö. Werden sie nicht? Er kommt, er kommt! Juck mich nicht. Tschüss, Anti-Knockback-Typi. Ja, willst du haben? Kauft ja was Schönes für mich. Anti-Knockback-Typi, Alter. Ich will dich hasse. Wir denken doch ernsthaft, dass sie mich töten können. Fall du mal runter, ja, und du mit deiner Anti-Knockback-Kill-Aura-Scheiß, Alter. Hör doch mal auf! Hör doch mal auf, du Fake-Gommel! Ja, wahrscheinlich! Bist du tot? Nein. Ich nicht, aber... Wo sind denn die? Die schon. Ich will auch mal was tun. Ich will auch mal was tun. So. GG. Leute, wie der sofort rausgelieft ist, ey. Ja, ich bin Rang 19! Ja! Da hab ich mir ein schönes Eisenschwert geholt! Ja, in der nächsten Runde darfst du auch Leute töten. Sorry, wenn wir jetzt so viel hintereinander aufnehmen, Shiro. Aber bei mir ist das so, sobald ich einmal Quick-Bad muss spielen, muss ich das aufräumen. Ja! Weil es wird so oft gesagt, dass ich hacke und so. Und ich möchte halt einfach weiter unterstützen. Dass ich nicht hacke, weil ich hacke ja nicht. Ich habe einfach nur schlechte Gegner. Das soll jetzt nicht abgehoben klingen oder so. Ist es nicht, es ist ja die Wahrheit. Was hältst du eigentlich von den Loris? Also ich muss ehrlich sagen, die Videos, also die Musik, die sie halt damals gemacht haben, ich weiß nicht, ob sie das immer noch machen haben, die Musik damals, die fand ich gut. Aber ich glaube, mittlerweile haben sie ja das komplett aufgehört mit YouTube, ne? Loris? Nee. Die haben nicht aufgehört. Auf jeden Fall, die Musik, die ich ja damals immer von denen gehört habe, fand ich tatsächlich gut. Habe ich gerne gehört. Durchgehend online. Durchgehend online. Das hat auch jeder gehört, egal ob er die Loris scheiße fand oder nicht, aber das hat ja echt jeder gehört. Oh, er kommt übrigens in die Mitte. Oh, cool. Hey, wir spielen! Igel! Was? Wir spielen das ja gerade alles am Stück, also. Genau, wir spielen alles am Stück, weil... Ich geh mal was kaufen, ne? Ja, kauf ein, kauf ein Schnuckiputz! Ich halt die Mitte fest! Okay! Ah ja, toll! Oh Gott! Wieso? Diese Map heißt jetzt Two Seasons, ne? Aber welche Season ist denn bitte das hier? Ich meine, wenn wir Winter haben und das hier Herbst sein soll, dann könnt ihr doch nicht Sommer haben! Ich meine... Hä? Vielleicht ist das in der Mitte aber auch, äh... Wieso ist er jetzt runtergefallen? Was? Hä? Das ist deine Buranwesenheit! Oh! Das muss doch so episch sein! Was macht ihr? Oh nein, nein! Sterben! Deine ist schon geliebt, ey! Er dachte sich auch so... Ist ja peinlich! Er dachte sich bestimmt echt so... Oh nein! Das ist peinlich! Woher kommt? Igeln! Ah cool, der kann ekeln! Ist er einfach ein Ekel? Ich kann sowas nicht! Ich geh mal nach Hause! Ich verteidige mal! Oh, ist er runtergefallen? Der ist runtergefallen! Du musst gar nicht nach Hause! Hallo! Der dumm, ey! Lass uns mal zu ihm gehen! Oh nee! 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 Das so nicht! So nicht, Freundchen! Ich hol mir noch den Block! Ich brauch den Block noch! Ich brauch die Points! Er ist geliebt! Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Runde Minecraft Quick Bad Wars gemeinsam mit Shihiro's Reise ins Zauberlande! Nein! Und auch nicht durch wandelnde Straßen! Gut! Ja stimmt, das hast du mir gerade erklärt, warum ich das nicht sagen soll! Und ich bin auch nicht Prinzessin Mononoke! Und auch nicht Prinzessin auf der Erbse? So, wer das jetzt alles verstanden hat, willkommen! Ihr seid ein Nerd! Aber guck mal, guck mal, Königreich der Katzen, ja? Also ich bitte dich! Oder, oder, äh, mein, 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 wie heißt das noch? Wo dieses fette, dieses große, flauschige, graue Ding da... Mein Nachbar, mein Nachbar, mein Nachbar Totoro! Ja? Ja! Oh, der Film ist auch toll, ja? Ja, also ganz ehrlich, wer den nicht kennt, der hat seine, der hat nie eine Kindheit gehabt! Das stimmt! Der hat, der hat sowas von nie eine Kindheit gehabt! Oder wer nie Mulan geguckt hat, ja? Also Mulan ist auch... Oh, beide Mulan aber! Wer das nicht kennt, der hat keine Kindheit gehabt! Der kommt, die kommt runter! Ja, aber die dürfen nicht so mehr, ich muss noch einkaufen! Ja, deswegen gehe ich ja hier hin! Oh Gott, die bauen sich jetzt oben rüber! Lass mich bestimmt nicht von euch runterschubsen! Ja, komm her, los, Igel doch! Igel doch! Los, Igel! Ich warte nur daraus, du kleiner Igel! Ich mag Igel zum Frühstück! Mist, komm mich an! Was ist der andere? Was ist der andere? Gold? Ne, warum steht der da oben? Weiß ich nicht! Ich versteh grad nicht, warum ich nicht runterschubsen kann! Also sowas ist so Anti-Knockback! Das... Loy! Na tschüss! Huh, Opfer! Weißt du, der steht da ja oben ganz praktisch! Hast du? Hä? Hä? Oh Mann, der läpft doch auch so schlimm! Als ob der jetzt nicht läpfen würde! Der wird doch 100 pro läpfen! Der wird doch 100 pro läpfen! Weiß ich nicht! Gutes Teamwork! Gutes Teamwork! Gutes Teamwork! Gutes Teamwork, ey! Hä, aber dann ist das ja voll dumm, wenn ich immer neu verabschiede, weil du das zusammenschneidest! Ich schneide das zusammen! Die Verabschiedung ist nicht drinnen! Ach so! Hä, das heißt du schneidest das einfach raus? Jaa, ich cutte dich einfach! We�! Weh! We North! 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 als ob du das nicht aufgenommen hast. Ey, Leute, jetzt merkt ihr mal, wie abgehoben sie ist, ja? Bei mir live unzensiert, sie schneidet das einfach weg, was ich sage, weil sie ist einfach abgehoben, obwohl sie weniger Abos hat. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge. Als ob du das nicht aufgenommen hast. Natürlich hab ich das auch aufgenommen. Das war jetzt aber gerade so nach dem Motto gemeint, ich zensiere ja alles, was du sagst. Dann will ich das Ganze ja auch rausschneiden. Du, du, schneidest einfach alles bei mir weg. Genau, du schneidest einfach mein ganzes Audiosignal immer weg und fügst dafür irgendwelche Pferdegeräusche ein. So, wihihi. Das ist eine echt geile Idee. Oder die ganze Zeit so ein Zensurenpiep. So, piep und piep und ich baue mich jetzt piep. Achtung. Ja, ich weiß, du wirst das schon wieder so bearbeiten. Ich kenne dich doch mittlerweile. Nein, das tue ich tatsächlich nicht. Ich wette, so einmal, um mich zu ärgern, wirst du es trotzdem machen. Nein. Das war schon wieder das... Nein. Ich doch nicht. Je nachdem, ob ich daran denke, wenn ich es bearbeite. Du gehörst dir, du wirst dir doch wohl... Dankeschön. Mach ich ja voll nett. Oh, ich brauche noch ein Gold. Scheiße. Ähm, du wirst dir doch wohl... Du wirst dir doch wohl anhören, was du schneidest, bevor du es schneidest. Tschöne, ich werde... Nein, ich werde geschnetzelt. Oh Gott, wie hat er mich gerade geschnetzelt? Was? Schnetzel? Ja, er schub... Geschnetzelt das? Er kommt, Mann. Ja, und? Lass den doch kommen. Nein. Nein, er hat mich überlastet. Er hat nur noch weg. Was? Er hat nur noch weg. Okay, dann ist er kein Wort, dass ich mich runtergehauen habe. Möchte ich jetzt mal eher beobachten. Ich erkenne sowas immer nicht. Moment mal. Ja, ja. Ja. Okay, Freundchen. Ja, ja. Okay, du wirst gebannt. Ich will. Obwohl es noch zu einer. Jo, er hat mich runtergeschlagen. Jo. Ich füllte den mal bitte. Ähm. Unterm Block ist eine Lücke. Oh nein. Nicht das... Du bist da jetzt nicht reingefallen, oder? Als ob er dich jetzt umbringt. Komm, 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 komm. Nein, 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 nein. Ja! Haha! Yes! Oh. Spasthacker, Alter. Mit seiner Kacke-Aura. Ich hab eigentlich nicht verstört. Wieso hackt man eigentlich, wenn man trotzdem verliert? Von... Weißt du, was das traurig ist? Er wurde von mir getüttet. Ich verstehe diese Leute nicht. Ganz ehrlich. Aber vielen Dank fürs Zuschauen, diese kleine Runde. Und bis zum nächsten Mal. Ey, ich nach der Runde... ...nehme ich jetzt noch eine direkt im Anschluss auf. Das ist... Wieso hackt man? Und wird dann von mir umgebracht. Das ist ja so, als würdest du dem Weihnachtsmann die Geschenke klauen, bevor er sie ausliefert. Und dann würde der Weihnachtsmann trotzdem Geschenke ausliefern, weil er denkt, er würde noch Kinder glücklich machen. Aber dabei hat er keine Geschenke mehr. Was hast du denn jetzt mit dem Problem? Das war ein Vergleich, Mann. Mit einem Weihnachtsmann? Natürlich. Hallo, der wurde erschossen. Der gibt's nicht mehr. Hallo, Nikolaus kommt aus der Türkei. Also ist ein echt Türke, ja? Stell dir das mal vor. Ich stelle mir gerade vor, wie er kommt. Ey, Alter. Ne, er kommt so... Leute, wieso bist du raus? Was? Hab ich gekickt? Du hast das Glowstone-Powderchen benutzt, ne? Nein, hab ich nicht. Hä, weil bei mir stand, dass du geläftet warst. Nein, hab ich echt nicht. Natürlich, du bist in Lobby 3. Ich hab nicht geläftet. Das steht bei mir jetzt im Chat von wegen, you are sending too many packets. Achso, achso. Okay, dann beende ich ja auch mal meinen Aufwand. Tschüss. Aber ganz ehrlich, ganz ehrlich, ne? Jetzt stell dir mal vor, er kommt nicht mit Weihnachtsschlitten, so. Also Nikolaus, er kommt nicht, er kommt nicht mit der Rote, nein. Er kommt mit dem Dönerspieß. Genau, genau. Kennst du den Comedian? Nein. Und er kommt auch nicht mit Weihnachtsschlitten, sondern er kommt im Dreier-BMW. Na 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 Nö-nö-nö-nö-nö-nö... Nö-nö-nö-nö... Nö-nö-nö... Nö... Nö-nö-nö-nönö... Nö-nö-nö-nö... Nö-nö-nö... Was zu tun, jetzt bin ich schattbar... Was, der hat mich runtergehauen, Spasti! Ich habe Mario gemacht und du haust mich runter. Du bist ein Nintendo-Hate-Kiddy! Oh, geil. Willst du mal runterfallen? Ich wollte schon sagen. Das war eindeutig ein Nintendo-Hate-Kid, sonst hätte er mich nicht runtergeschlagen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wieso weißt du das nicht? Siehst du das nicht an seinen Augen? Hast du dir seine Augen mal angeschaut? Der schaut doch schon aus wie so ein Nintendo-Hater. Der Nintendo-Hater kommt. Was? Seine Nintendo hätte es runtergefallen. Voll Spaß. Oh Mann, ist der schlecht. Dass ich das echt konnte? Er ist übrigens auch noch auf unserer Insel. Ich hab den Block unter ihm abgebaut. Ich hab ihn umgebracht. Ich hab den Block unter ihm abgebaut. Als ob er so schlecht war. Ja, aber jedenfalls, Leute, ich möchte euch auch mal vernünftig begrüßt uns. Serverleck, fuck off! Welche Farbe sind wir? Wir sind blau. Das heißt, das da ist ein Gegner. Wir sind, wir sind, wir sind, ähm, kunterbunte... Wir sind blau. Ja, nein, wir sind kunterbunte Einhörner. Oh, ja, ich will auch! Hallo! Du voll Spaßi! Wieso hat der so'n scheiß, äh, Eisenschwerti? Weiß ich nicht, aber der ist wieder runtergeflogen. Und der nächste kommt auch schon. Alter... Nein! 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 Ihr wird jetzt nicht... Nein! Lass den Block in Ruhe. Ich hab ihn gedötet. Ich hab ihn gedötet! Bist du froh darüber, einen Menschen umgebracht zu haben? Ja. Schämst du dich gar nicht? Ich hab nur noch drei Herzen. Das ist mein Problem. Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Oh, fuck! Aua! Ist er tot? Buggy und Mixi. Oh, der kommt! Von der Seite! Doch, auch der Rollo gehört dazu. Ach, den Block müssen sie noch einmal antippen, ne? Schlag den doch nicht im Kreis da rum. Und du auch nicht! Das, äh, war ein Kreisverkehr. Da, äh, äh... Ach, das nennt sich also Kreisverkehr. Ja. Ja, einige denken auch, Kreisverkehr geht so, wenn man jemanden im Kreis vögelt. Alter, was?! Weil, weißt du, Verkehr und Vögeln, ne? Also... Oder? Mein Gott! Jetzt doch mal... Nein! Nein! Oh! Unser Block! Der ist fast weg! Ich weiß. Das sind doch alles nur Nintendo-Hack-Kiddies, ey. Kommst du mal bitte zu den! Nein! Der hat mich runtergeschlagen! Das Ding ist... Das Ding ist... Ja? Das Ding ist... Das Ding ist... Das Ding ist... Du hast gerade Gold sammelst? Siehst du toll, Spasti? Das Ding ist, dass das super wichtig ist für meinen Plan. Na toll! Der eine ist Igla! Den kann ich nicht erreichen, der ist zu hoch! Dann bring Captain Igla auf den Boden der Tatsachen! Mach doch! Ich bin dafür zu schwach! Aber wieso ist der da? Weiß ich nicht! Weil er blöd... Weil er blöd ist! Macht er da! Vorsicht! Der kommt! Vorsicht! Der andere Noob kommt auch nicht! Was?! Ich hab den nicht gesehen! Entschuldigung! Mann! Ich bin tot! Setzt! Ja! 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 Schiss Kiddies! Nein! Nein! Der hat eindeutig die krassere Range gehabt! Naja egal! Man muss auch mal verlieren können im Leben! So sieht's nun mal aus! Egal! Hä? Wieso... Wieso seems legit? Hä? 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 Wir haben doch gar nichts gesagt! Hä? Was labert der? Für Bullshit, Mann! Egal! Also wir spielen eben gegen den Hacker und jetzt gegen sowas und... Hä? Du verstehst nicht mehr! Naja egal! Bis zur nächsten Runde! Tschüss! Tschüss!